die daxianer haben blutgeleckt und nicht aufgehört nachdem wir das allzeithoch erreicht haben läuft der markt wie geschmiert es gibt überhaupt kein anzeichen dafür dass die marktteilnehmer kommen jetzt machen wir mal ein päuschen nein im gegenteil es rennt und rennt und rennt weiter nachdem wir gestern ja schon drüber waren heute noch mal eine fettgrüne kerze hier also wir sehen die marktteilnehmer kennen überhaupt gar keinen halten und es gibt nichts gar nichts im chart weder im wochenchart noch im tageschart auch nicht irgendwie intraday was irgendwie dafür spricht dass der markt drehen will spricht dass die marktteilnehmer kein interesse mehr am kaufen haben nein im gegenteil es sieht so aus als ob es nur noch eine richtung gibt und das to the moon das ist natürlich nicht wirklich realistisch der markt wird früher oder später drehen ihr müsst damit rechnen vorsichtig ich muss das immer wieder betonen wenn ich sage ihr müsst damit rechnen heißt das nicht leute leute der dreht jetzt gleich das lässt sich überhaupt nicht absehen dass es jetzt direkt bevorsteht aber eine kleine warnmeldung nur einfach dass man so ein bisschen das noch mal wieder in relation setzt wir hatten das ja schon mal dass wir ein allzeithoch hatten und da ist der kurs auch erst noch mal überschritten und anschließend dann wieder runter gekommen es gibt zahlreiche beispiele wo der kurs eben über alte allzeithochs drüber ist natürlich erst noch mal ein bisschen weiter gelaufen ist dann allerdings größeren rücksetzer natürlich das letzte allzeithoch überschritten hat und dann ordentliche rücksetzer wir haben einen kleinen unterschied bei dem ausbruch über das allzeithoch vom februar 2020 da sind wir quasi durch und naja eine kurze pause gab es auch aber sind weitergelaufen der unterschied dort allerdings war und das ist ein ganz entscheidender das dürfen wir nicht vergessen der unterschied war dass wir vorher schon bevor wir den ausbruch hatten also der ausbruch war hier eine pause hat so und wenn wir uns das hier angucken der ausbruch war hier wo ist die pause wo ist die pause sucht die pause da ist keine pause keine erholung vorher dann wird sie wohl nachher kommen also es steht unbedingt an dass diese pause kommt aber es ist nicht klar wann die passiert es kann sein dass es morgen früh losgeht und der markt hier nach unten geht es ist denkbar dass der kurs hier erst noch mal weiter klettert und erst später diese pause kommt aber diese pause wird kommen ich persönlich würde aufgrund der erfahrung sagen so lange wird der anstieg nicht mehr gehen in einem fort also davon gehe ich nicht aus trotz alledem bin ich bullisch eingestellt in der erwartungshaltung allerdings dass wir früher oder später dort eine pause kriegen rechnet damit was heißt das rechnet damit sollen wir jetzt short gehen sollen wir jetzt uns unter die schreibtische verkriechen und nichts mehr tun nein wer long ist hat ja im moment erst mal alle karten auf seiner seite stopp hinterher ziehen zum beispiel im tageschart das ist einigermaßen weit weg wenn ihr den parabolik in der standardeinstellung nehmen würde dort das ist etwas was wir gerne machen in standardeinstellung da ist er mir eigentlich zu weit weg kann man machen aber finde ich ziemlich weit weg eine alternative ist ihr geht auf kleinere zeitebene vielleicht in vier stunden chart und guckt mal ob ihr dann danach zieht parabolik oder super trend irgendwie sowas dann habt ihr einigermaßen in nähe zum aktuellen chart geschehen wenn es weiter klettert freut ihr euch ein loch im bauch wenn er dreht sagt ihr dankeschön für das was ich bis dahin hatte also für all diejenigen die schon drin sind ist das eigentlich erstmal überhaupt kein problem es gibt kein grund zum verzagen zum fingernägel kauen es sieht ja alles ganz gut aus aktuell schlimmer sind eigentlich die dran die aktuell nicht long sind denn die sitzen jetzt da und sagen ich würde so gerne ich möchte jetzt auch einsteigen da kann man eigentlich nur sagen erfahrungsgemäß steigt halt ein und seht zu wie der markt unter euren füßen weg bricht das ist halt typischerweise so typischerweise heißt nicht dass es immer so ist und das ist sofort passiert aber das ist eben klassisch das ist also für die die nicht abwarten können aus meiner sicht professionelle händler und ich sage das immer wieder und das hat gar nichts mit börse zu tun das ist genauso ich hatte das beispiel teppichhändler gebracht gebrauchtwagenhändler die kaufen nicht auf hohem niveau die warten auf günstigere preise die warten auf ein angebot die wollen mindestens irgendein discount irgendein entgegenkommen inwieweit kommt der preis gerade entgegen gar nicht also gibt es keinen einkauf wer jetzt nicht drin ist muss halt abwarten und wer hat gar nicht abwarten kann und sagt ich will es aber trotzdem mir ist mir das risiko völlig egal nicht clever aus meiner sicht aber wenn man möchte kann man natürlich gucken dass der rücksetzer auf verschiedenen zeitebenen muss ja nicht im wochenlangen rücksetzer sein das kann ja durchaus sein dass da irgendwie was intraday ist dass man sagt okay wenn dann mal irgendwie ein rücksetzer ist der irgendwie korrektiv aussieht hier hatten wir sowas vielleicht kriegen wir jetzt sowas hier fünf minuten chart also für diejenigen die im nachmittags chart mal unterwegs sein wollen vielleicht bekommen wir was wir können mal kurz auf den dax future hier wechseln da ist das vielleicht auch noch mal ein bisschen praxisnäher der index ist ja immer noch mal was anderes als der future preis das kann durchaus sein dass wir jetzt hier in der nächsten zeit irgendwas kriegen was sehr korrektiv aussieht lasst euch das aber wirklich zeigen dass der rücksetzer schwach ist schwach ist häufig dreiwellig dreiwellig hat nur eine große verwechslungsgefahr denn zu dem zeitpunkt ist ja noch nicht klar ob es dahin geht oder ob es nachher sogar eine dynamik nach unten gibt deshalb ist dann so ein trigger hier interessant oder aber wenn es eben wackelig ist oder so wie wir es hier hatten da sieht man schon naja richtig stark sieht das nicht aus sowas könnt ihr natürlich nutzen das geht immer und überall in allen märkten wenn ihr seht irgendwo ist eine starke richtung dann gibt es mal eine schwache gegenbewegung also eine die eben stark mit diesen überschneidungs mustern sind so dass man schon sieht naja so volle power gehen die da nicht runter dann ist das eine möglichkeit zu sagen wenn ich jetzt hier irgendwo inzwischen hoch breche dann kann ich noch mal einsteigen das geht das kann man natürlich machen das ist auch nicht doof grundsätzlich gesprochen also wer sagt ich brauche hier noch einen späten einstieg ich will hier noch irgendwie rein der gucke vielleicht im fünfminuten chart im 15 minuten chart notfalls im stunden chart ihr seht hier beispielsweise vier stunden chart gab es seit lange zeit keins die letzte pause war irgendwie hier die hing auch gar nicht so richtig runter also da musste man vielleicht auf kleinere zeitebenen ausweichen um das ein bisschen deutlicher zu sehen das allerdings bietet dann eben möglichkeiten für den einstieg wer nicht auf diesen kleinen zeitebenen unterwegs sein möchte der steige hier auf eigene gefahr ein und mit der statistik im nacken dass da oben in der regel die letzten einsteigen die im markt dann als erstes wieder rausgespült werden wenn der markt dreht weil institutionelle typischerweise an solchen stellen ganz gerne sich zurückhalten ich will jetzt nicht sagen dass das nicht weiter steigt und dass ein einstieg auf aktuellem niveau hier einfach hier kommt blind links ich gehe mal wieder auf den index weil das für viele vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer ist hier blind links bei 16.687 ich steige jetzt ein mich interessiert das alles nicht dummes geschwätz alles es kann ja sein dass der noch hunderte von punkten steigt das problem ist häufig bei der überlegung dass man keine vernünftige variante hat wie man mit den risiken in dem fall dann umgeht also wo mache ich meine absicherung wie mache ich das wenn ihr dafür keinen plan habt dann ist hier oben einfach blind links einsteigen natürlich so ein punkt also denkt einfach an diesen punkt wenn ihr das vielleicht absichert durch optionen oder wenn ihr das absichert mit einem stopp der irgendwie einer logik entspricht okay aber denkt daran dieser rücksetzer wird kommen seid nicht unvorbereitet so von wegen ja damit konnte man doch nicht rechnen der ist doch die ganze zeit gestiegen wie kann der denn jetzt fallen doch doch der kann jetzt fallen aber die gute nachricht noch muss er das nicht und noch gibt es dafür auch keine echten anzeichen also insofern shortseite nein die sieht im moment noch frei aus das kann allerdings anders werden wenn der markt hier mal irgendwie was zum umkehren bringt also ich mache mal hier diese fantasie weiter stellt euch vor der macht jetzt im laufe des nachmittags irgendwie sowas ja oder der nächsten stunden macht er sowas und dann macht er sowas dann ist es zumindest im kleinen schon mal eine umkehr das müsst ihr im hinterkopf behalten also falls das nachher so irgendwie aussieht schub in die abwärtsseite korrektiv aber in die aufwärtsseite korrektiv mittlerer bereiche wieder zurück dann wären eben die unterseite short trigger ja also das wäre für das kurze bild dieses kurze bild übrigens ist nicht ein nachweis dass es jetzt dann hier oben um tausende von punkten runter geht um himmels willen es ist immer erst mal nur das was vorne ist hinten das ist immer die mindestbedingung und ob er dann da weiterfällt das wird hier entschieden ob die marktteilnehmer sagen jetzt sehr gut so jetzt klettern wir wieder oder ob die marktteilnehmer da durchgehen diese unsicherheit bleibt allerdings vor dem hintergrund dass ein rücksetzer so langsam aber sicher ja sowieso nicht so schlecht wäre also wir davon ausgehen können so langsam wäre mal ein dreh nicht die schlechteste idee das ist beim dow jones grundsätzlich auch so der hat allerdings das allzeithoch noch vor sich und da ist jetzt die frage ob die suchwirkung da auch reicht denn häufig ist es so nicht immer aber häufig ist es so wenn der markt sich dem allzeithoch nähert dann holt er sich das auch also im moment würde ich jetzt nicht davon ausgehen dass das völlig unmöglich ist im gegenteil eigentlich geht man gerne davon aus dass diese marken erreicht werden wer jetzt also sagt oh das ist eine gute nachricht dann weiß ich ja ich habe noch 800 punkte vor mir dann gehe ich jetzt hier einfach long blind links weil da muss er ja da hoch wo stoppt ihr das ganze sinnvoll denn auch die idee dass er da hoch geht ist ja nicht sicher ich weiß der wunsch vieler marktteilnehmer ist gerade der laien die noch nicht so viel erfahrung haben na ja aber das ist mir doch egal ich will doch jetzt einfach einsteigen und die 800 punkte jetzt noch mal schnell mitnehmen denn hier war es ja schon da habe ich schon viele punkte verpasst die will ich jetzt aber holen ja es ist halt nicht sinnvoll absicherbar und egal wie typisch oder wie wahrscheinlich dass da oben ist ihr müsst damit rechnen dass der rücksetzer kommt und ihr müsst zur not sogar damit rechnen dass der kurs nochmal deutlich nach unten geht auch das bild ist noch längst nicht vom tisch aber das ist eine andere geschichte im wochenchart das müssen wir nicht an dieser stelle besprechen aber rücksetzer mindestens mal hier so in die hälfte wieder rein 34.000 34.500 die sollten also nicht wirklich überraschen wer also jetzt reingeht der darf da nicht stinkig sein wenn der markt das tatsächlich spielt im moment gibt es dafür noch keine anzeichen das kann sich aber jederzeit ändern aktuell allerdings muss man sagen dass die abwärtsbewegungen die ich hier jetzt sehe alle noch korrektiv aussehen das heißt man hätte die möglichkeit hier die long seite nochmal zu spielen eine idee dazu wäre dann allerdings relativ eng stop zu haben und dann zu sagen komm ich versuche das jetzt einfach mal ich gehe an so einer stelle rein so ungefähr das aktuelle niveau setzte dann den stopp hier irgendwo unten drunter hierhin beispielsweise hierhin das ist nicht gesagt dass das optimal ist ja da wünschen sich viele jetzt nenne du musst mir sagen wo der stopp ganz sicher optimal liegt dass ich nicht ausgestoppt werde wenn er nach oben geht das kann man nicht optimieren im sinne von dass es nie ausgestoppt wird was aber klar ist meine crv variante ich mache das mal ein bisschen und machen wir es nochmal ganz groß wir hatten ja gesagt die 37.000 ist nicht unrealistisch dass er das sieht wenn eben diese richtung fortgesetzt wird dann ist eben das hier meine risikogröße und das da oben meine gewinngröße das heißt ich hätte hier sogar mehrere fehlversuche die werdet ihr statistisch gesehen auch bekommen wenn ihr so ein trade jetzt hier macht werdet ihr hin und wieder hier ausgestoppt werden aber die these ist wahrscheinlich weniger häufig als dass ihr zwischendurch mal einen langen habt ne das ist falsch formuliert also ihr werdet zwar vielleicht häufiger hier ausgestoppt aber theoretisch könnt ihr euch ja relativ schnell ausrechnen ihr dürftet einmal zweimal dreimal ausgestoppt werden und hättet immer noch einen kleinen gewinn das heißt wenn ihr in 25 prozent der fälle wirklich durchlauft habt ihr immer noch ein restgewinn der ist jetzt zwar nicht der burner aber es ist eben ein restgewinn wenn ihr glück habt braucht ihr nur einen fehlversuch vielleicht nur zwei dann ist der gewinn noch größer vielleicht gar kein fehlversuch manchmal dann rennt er wirklich direkt dann nach oben durch dann habt ihr sogar noch mehr gewonnen im verhältnis aber im schnitt werdet ihr immer wieder mal auch bei solchen überlegungen hier unten rausgeholt und das muss man eben dagegen rechnen das gehört einfach mit dazu also insofern kalkuliert das entsprechend mit ein also auch hier zusammengefasst es gibt eigentlich noch keine richtigen anzeichen dass der marktdruck nach unten aufbaut es gibt durchaus das potenzial dass der markt jetzt hier also der dow jones hier dieses hoch sich auch noch holen will also da noch mal ein bisschen nach oben strebt halte ich für relativ realistisch dass da noch ein bisschen was geht das muss jetzt nicht exakt die 37.000 sein aber als bewegungsrichtung in dem sinne glaube ich ist das noch realistisch und wir sehen dass wir intraday also wenn ich hier im vier stunden chart gucke wahrscheinlich auch kondensiert hier im fünf minuten chart dass die abwärts seite noch keine stärke zeigt muss allerdings zu sagen die aufwärts seite auch nicht so richtig also wenn ich hier angucke wie die überschneidungen hier sind dann habe ich so richtig den bock der marktteilnahme ja auch noch nicht erkannt also insofern zu 100 prozent motiviert jetzt auf diesem späten niveau noch einzusteigen bin ich nicht aber also wer drin ist zieht natürlich auch hier die stops einfach hinterher so wie wir das eben schon angesprochen haben dass man sagt okay einfach dicht hinterher ziehen wer unbedingt rein will der wird wohl auf sowas zurückgreifen müssen wohlweislich dass man da halt auch immer wieder raus fliegt aber wenn es dann gut geht hat man ja noch ein paar in dem fall 100 punkte mehrere hundert punkte auf der oberseite platz bis der kurs dann tatsächlich dreht optimal für den long einstieg jetzt finde ich es nicht aber eine möglichkeit ist es zumindest mal sieht das halbwegs korrektiv aus beim s&p ist die bewegung ein bisschen eingeschlafen nach oben so richtig 100 prozent noch nicht aber so richtig viel spaß scheint man aktuell noch nicht zu haben das allzeithoch ist ja auch noch ein gutes stück entfernt eigentlich das ist ein pattern dass wir im langfristigen häufiger mal angesprochen hatten also wäre das ja durchaus als fünfte welle dann noch mal mit möglichen neuen allzeithoch gar nicht so unrealistisch und dann wird entschieden ob das jetzt die letzte aufwärtsbewegung war aber nicht das richtige thema für den nachmittags updates also das ist das längerfristige bild ich muss aber sagen aktuell sehe ich hier jetzt die ganz große motivation für long nicht also wer jetzt unbedingt long gehen will tja ich weiß es nicht ich würde mich gar nicht wundern wenn wir hier sogar noch mal ein bisschen tiefer gehen als diese geschichte also noch mal richtung 4540 dass wir also weil das hier so krummbuckelig guckt euch das mal an hier das ist also jetzt der super geile bullenmarkt wo alle wahnsinnig bock haben zu kaufen vergleich das mal mit dem dax ich würde mir jetzt eher wünschen da soll er noch mal einmal tiefer gehen und dann sollen dann noch mal einmal zum letzten gefechtchen nach oben blasen und dann eben richtig nochmal schub geben aktuell sehe ich das nicht und wenn ich hier intraday gucke naja so ein bisschen überschneidungen haben wir hier auch aber so sieht es nun wirklich nicht aus wenn die leute wirklich bock zum kaufen haben also die chance für die abwärtsseite ist noch da s&p ist da nicht ganz so toll aufgestellt wie der dow jones aber wir haben auch schon gesagt beim dow jones so richtig toll ist die aufwärtsrichtung auch im intraday chart nicht fünf minuten hat also nicht in fünf minuten ich gehe noch mal kurz zurück sorry ich verwirre jetzt wahrscheinlich mehr aber dieser aufwärtsarm hier dieser aufwärtsarm der sieht halt doof aus das motiviert mich jetzt für den nachmittag nicht so richtig um zu sagen jawohl die sind alle begierig auf der lungenseite das hier ist die abwärtsseite die sieht korrektiv aus das ist der gute teil auch beim nasdaq also auch hier geht es darum vielleicht kriegen wir jetzt ja dann doch nochmal den letzten aufwärtsarm richtung allzeit hochs ich muss aber sagen dass das was ich jetzt heute nachmittag hier oder in den letzten tagen jetzt hier geliefert bekommen habe hier rücksetzer hier rücksetzer überschneidet sich hier rücksetzer überschneidet sich hier schon wieder ein rücksetzer überschneidet sich auch mit allem was wir davor hatten die aufwärtsseite ich finde sie noch nicht überzeugend um wirklich die longseite zu spielen das auffälligste ist jetzt schon fast die abwärtsseite die ist schon relativ stark also würde mich nicht wundern wenn wir in den nächsten stunden noch mal nach unten gehen ein bisschen zumindest mal dann erst irgendwie was nach oben starten also wenn ich mich entscheiden muss dax gefällt mir am besten keine frage mir gefällt der da auch nicht so schlecht der s&p und der nasdaq die beiden tun sich im moment ein bisschen schwer ich sehe durchaus auch dort das potenzial dass es noch mal weiter nach oben geht ich bin mir noch nicht so 100 prozent sicher ob wir in diese box runter gehen allerdings diese gefahr besteht wenn euch das zu kritisch ist ja dann dürfte hier in dem moment nichts machen beim nasdaq einfach die füße still halten und sagen okay ich gucke halt ob ich bei den anderen was finde hier muss ich ganz ehrlich sagen bin ich aktuell zumindest mal noch nicht wirklich überzeugt wir werden sehen was draus wird ich halte euch auf dem laufenden in dem sinne euch erstmal alles gute und ganz liebe grüße und ganz liebe es